Dieser wunderschöne und dennoch äußerst praktische Ford Transit Connect Sport L2 könnt ihr schon bald vor ihrer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wismar. Der Euro 6 Diesel erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und elektrischen Außenspiegel bieten beste Übersicht. Eine Schiebetür und Doppelflügeltüren hinten erleichtern das Beladen. Der Laderaum ist riesig. Schicke Leichtmetallräder unterstreichen den sportlichen Charakter des Wagens. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Fordersitze mit Lederstoffkombination bieten viel Komfort und eine gute Sitzposition. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Connect schützt Sie rund um mit ABS, Airbag, ESP und Nebellampen vorne. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum Radio gehört auch ein Bluetooth-Freisprecher. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem schicken Ford Transit Connect L2 in der Sportausführung werden Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne ist Herr Längerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie dann einfach grobe. Das Team von Bismarck freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch Samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Das Team von Bismarck freut sich auf Sie.